Zwei Stunden lang haben Blitz, Donner und Starkregen am Sonntagnachmittag über Hamburg getobt. Kreuzungen stehen unter Wasser, die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun. Auch auf den Schienen. Notbremsung, als ein Baum vor diese S-Bahn stürzt. Vermutlich durch das Unwetter ist ein Baum umgestürzt. Und die S-Bahn ist über den Baum gefahren, hat noch eine Schnellbremsung eingeleitet und kam dann hier zum Stehen. Und der Baum war unter dem Zug und muss jetzt durch die Feuerwehr erst beseitigt werden.